hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir vor euch die kks box von cool sauvage alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und im boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album unserer box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung kks von cool sauvage das ganze erscheint morgen den 8.2.2019 ich habe die box heute schon bekommen sehr schön und darum stelle ich euch heute auch schon vor so sieht das ganze aus wir haben hier eine blau weiße box mit einem sichtfenster und zwar haben wir hier eine action figur darin stehend dazu kommen wir noch hier oben lesen wir kks version 1.5 rechts oben lesen noch esser media präsentiert also das label von cool sauvage über das erschienen ist und dann haben wir hier cool sauvage boxinhalt kks album instrumental cd summa summarum cd cool sauvage figur plus krone bini poster und sticker gut dann würde ich sagen machen wir die folie mal ab schauen uns das ganze im detail an so das lässt sich gut aufschneiden und so sieht das ganze aus also wie gesagt wir haben hier so eine blau weiße box sieht bisschen so nach blut print aus als würde ich irgendwie sachen vermessen werden also hier die arme die hände ist ein prototyp der hier entworfen wird auf der linken seite haben wir dann so zwei skalen und zwar einmal delivery und einmal technik also dass hier so rap skills die gemessen werden und haben wir das hier auf der rechten seite haben wir auch wieder seine skala so einen grafen in dem fall hier lesen wir linguistic ability also seine sprachfertigkeiten die hier ausgeprägt sind genauso wie vocal performance das dürfte dann wohl ein auf eine aufnahme seiner vocal spur sein wackness off sehr schön jawohl und auf der rückseite haben wir dann eins zwei drei okay das dürften die drei cd sein die sich darin befinden dann haben wir hier die figur inklusive krone bini poster und nummer sieben dann zwei sticker dann haben wir noch eine aufnahme von sauvage mit schriftzug aufgedruckt und dann haben wir noch die credits zum album und einen barcode sehr schön das ganze ist keine reguläre klappbox sondern der deckel ist abnehmbar und was wir jetzt gleich feststellen wir haben hier in diesem sichtfenster so eine gelb braune so eine beige abnutzung ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich gehe mal stark davon aus dass die von der nase stammt denn wenn wir uns hier kurz die nase ansehen da fehlt etwas wahrscheinlich ist irgendwie mit der nase dagegen gestoßen worden ok dazu kommen wir noch also haben wir einmal die figur inklusive krone dann ist das ganze hier so getrennt mit seiner habschicht machen wir mal raus dann haben wir die haube bini ok einmal jedes album in so einer dvd hülle ein poster und deutlich mehr sticker als erwartet also ich dachte jetzt von der rückseite eigentlich nur zwei aber wir haben hier deutlich mehr und von ihnen dann die box glatt weiß gut das machen wir mal zur seite wir machen den box deck ihn wieder drauf und nachdem hier diverse sachen noch in folie sind dann werden wir die mal aus der folie holt haben wir hier die haube und dann die dvd cd hülle so wie immer starten wir mit dem album an sich so sieht das aus werden wir das cover von kks in diesem fall im hochformat kks lesen wir hier unten dann haben wir cool savasch vor seinem großen gebäude hier abgebildet cool savasch kks und auf der rückseite haben wir dann den inhalt wir haben hier einmal cd nummer eins diese ist das album kks wir haben hier insgesamt zwölf tracks drauf ja cool savasch album sind generell nicht die längsten das wissen wir spätestens seit aura aber es kommt ja auf die qualität dann nicht auf die quantität meine meinung wir haben hier zwölf tracks mit features von nesi olibano b oz cr7z dave young und infinite karen 4 stp sido nico santos und jamula dann haben wir instrumentals zum album und auf cd nummer drei haben wir dann summa summarum diese 10 remix tracks mit einigen features also das sind alte tracks von cool savasch die jedem ein begriff sein sollten wie zum beispiel aura oder king of rap tila joe was auch immer und diese tracks diese zehn alten savasch tracks diese wurden hier geremixt auch hier wieder credits und barcode mit drauf ja wir haben jetzt dann hier wohl die drei sachen drinnen ich muss ganz ehrlich sagen ja auf der einen seite schön dass man zum beispiel ein instrumental hier untergebracht hat und nicht extra ein dickes lief allerdings hätte ich das album doch gerne in einem standard schul case oder ein super schul case oder von mir aus auch in einem digi pack bevorzugt ja ist immer so eine sache eventuell ich bin mir jetzt nicht sicher wenn man nur das album kauft vielleicht gibt es das auch noch in einem standard schul case ich befürchte aber ja muss ich mich mal erkunden ansonsten werde ich mir das noch mal so in album form kaufen dass ich das so noch ins regal stellen kann und nicht nur in dieser hülle wir werfen mal einen blick ins booklet so sieht das aus auch natürlich im hochformat wir haben hier die tracks inklusive der info wer das ganze produziert hat wer gefeatured wurde also wer einfach beteiligt war auf track nummer 4 bis euch freue ich mich besonders speziell hier wegen BOZ und CR7Z krass dass man die alle auf einen track geholt hat zieht sich dann so durch von der optik so sieht das aus also hier aufnahmen und natürlich die infos zu den einzelnen tracks summa summarum cd dann hier noch die credits so sieht das aus und ein foto zum abschluss sehr schön dann haben wir die cd nummer 1 und zwar ist diese das album kk ist kk ist das akronym hier für king cool savage dann haben wir hier cd nummer 3 und cd nummer 2 also cd nummer 2 die instrumentals zum album so sieht das aus und dann cd nummer 3 in diesem fall in dunkelblau und weiß die summa summarum cd so dann machen wir das booklet mal wieder rein wie gesagt von der aufbewahrung her so eine klassische evd hülle ihr kennt das so sieht das aus dann haben wir mit dabei einen ein beanie eine haube in schwarz hier vorne haben wir dann einen kks auf näher rechteckig ansonsten ist diese komplett in schwarz gehalten hängt uns ein faden weg und wenn wir da hinein schauen haben wir hier noch einen kks zettel und was lesen wir hier 100 prozent acryl und made in vietnam grüße gehen raus ja sieht gut aus die haube glatt und klassisch einfach hier in diesem schwarz gehalten kann auf jeden fall verwenden ist auf jeden fall noch die jahreszeit dazu zum skifahren oder einfach nur so wenn es draußen kalt ist gut verwendbar dann haben wir mit dabei jede menge sticker wir haben hier einmal diesen sticker cool sauvage lms also das kommt mir sehr bekannt vor ich glaube das war damals sogar auch das cover der cd von lms quadratisch dann haben wir diesen hier erinnert sehr stark an diesen major league dieses major league soccer soccer sage ich schon major league baseball an dieses logo in diesem fall kks der hier dann hier einmal im querformat kks schwarz und weiß dann hier im hochformat das dürfte wohl das design von adobe kit sein kks und dann hier im querformat cool sauvage und dann haben wir noch einen flyer zur kks tour 2019 das sind die dates hier könnt ihr cool sauvage live sehen tour abschluss dann in wien sehr schön cool sauvage kks tour 2019 gut also wir haben hier einen flyer und insgesamt 2 4 5 sticker in den unterschiedlichsten formaten mit dabei dann auch noch ein poster und zwar sieht dieses so aus im querformat hier nochmal das cover des albums einseitig bedruckt die rückseite ist blank weiß sehr schön also so ein kleines poster das kriegt man gut unter dafür hat man auf jeden fall platz und als letzter box inhalt kommt neben den ton trägern das eigentliche highlight der box und zwar haben wir hier eine figur des king of rap wir haben hier diesen kks bini auf dem kopf den wir auch in der box haben dann haben wir hier eine schwarze jacke darunter einen schwarzen hoodie graue hose schwarze schuhe und er steht dann hier auf einer schwarzen plattform also so von der verarbeitung vom design ja echt sehr schön anzuschauen auch von der detailarbeit sehr gelungen wie gesagt einzige negativpunkt bei mir jetzt dass hier die nase so abgestoßen ist ich habe es euch ja ganz am anfang gezeigt die dürfte hier etwas abradiert worden sein aber ja ich hoffe dass eure nase heil angekommen ist so sieht das dann aus sehr schön kann man sich dann ins regal stellen gab es ja schon in einigen box und seine figur wackelkopf oder so eine kleine figur allerdings muss ich ehrlich sagen das ist in meinen augen bisher die hochwertigste und wir sich für den king of rap gehört haben wir auch noch hier eine kleine krone mit dabei hier mit also eine gold weiße krone mit grünen und blauen steinchen drauf auf man kann es ja alles erkennen und die kann man dann natürlich auch noch hier mehr schlecht als recht aber sie hält doch irgendwie kann man die hier noch über der haube aufsetzen so sieht das dann aus oder man macht sie einfach hier unten zwischen die beine wo sie ursprünglich war dann sieht das so aus gut das war soweit mit dem box inhalt wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal die eben gezeigte 3d figur von cool sauvage inklusive krone dann das poster einseitig bedruckt im querformat die fünf sticker in unterschiedlichen größen und formaten der die kks mütze diese haube und natürlich in dieser dvd hülle das album plus instrumentals plus summa summarum cd womit wir zwölf album tracks haben und zehn auf der summa summarum also 22 tracks plus zehn instrumentals das alles in dieser wunderbaren box kks von cool sauvage mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn er die musik feiert falls ihr cool sauvage unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf